Verstopfungen von Pumpstationen durch Feuchttücher und Hygieneartikel im öffentlichen Kanalnetz, wenn nichts mehr geht. Das ist Detlef. Detlef ist 50 Jahre alt und Abwassermeister in der Gemeinde Kleinspülingen. Seine Aufgabe ist die technische Überwachung aller Anlagen, die das Abwasser von tausenden Menschen transportieren und behandeln. Das ist sein Geselle Markus, der gerade seine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik abgeschlossen hat. Die beiden sind auf dem Weg zum Pumpwerk 6. Störung schon wieder. Pumpwerk 6 ist eines der vielen bundesweiten Abwasserpumpwerke aus Beton, ausgestattet mit zwei großen Tauchpumpen. Diese sammeln das Abwasser aus Freigefälle-Kanälen, heben es einige Meter hoch, um es dann wieder Freigefälle-Leitungen zu übergeben, die dann letztendlich zur Kläranlage führen. Fällt so ein Pumpwerk aus, muss sofort gehandelt werden. Ein echter Notfall. Im Extremfall würde ein Rückstau das Wasser bis in die an den Kanal angeschlossenen Gebäude zurückdrücken, sofern keine Absicherung seitens der Bürger vorhanden ist. Ein Blick auf den Schaltschrank zeigt Motorstörung, also hinab in den Schacht. Detlef prüft mit seinem Gaswarngerät, ob er einsteigen kann. Die defekte Pumpe muss komplett aus dem Schacht gezogen werden, ein Knochenjob. Bei genauerem Betrachten der Pumpe fallen den Kollegen faserige Stoffe auf, die aus dem Saugmund heraushängen. Herausziehen klappt nicht, also bleibt nichts anderes übrig, als die Pumpe komplett zu zerlegen. Die Verstopfungen werden entfernt und im Müll entsorgt. Bald ist die Pumpe wieder im Einsatz und Detlef und Markus sind geschafft. Was für ein Wochenende. Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit bekommt Detlef schon wieder eine SMS auf sein Handy. Pumpenstörung im Pumpwerk 6. Das gleiche Spiel wieder von vorne. Diesmal hat es die andere Pumpe erwischt. Was die beiden diesmal aus der Pumpe ziehen, sieht aus wie ein kaputtes Tau und ist extrem fest und lässt sich nicht zerreißen. Wie kann das sein? Das Phänomen, das Detlef und Markus nahezu täglich beschäftigt, ist leider kein Einzelfall und betrifft in ähnlicher Weise Abwasserpumpen weltweit. Feuchte Toilettentücher. Diese Feuchttücher sind vor etwa 40 Jahren in den Markt eingeführt worden und erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit. Allein in den letzten Jahren lag das Wachstum im deutschen Markt bei rund 200 Prozent. Bezüglich der Feuchttuchentsorgung heißt es, sie seien umweltverträglich und spülbar. Spülbar heißt aber nicht auch pumpbar. Feuchttücher verursachen erhebliche Schäden und einen kaum zu beziffernden Wartungsaufwand. Ganz einfach deshalb, weil sie nicht aus Papier, sondern aus Vlies bestehen. Aufgebaut aus mikroskopisch kleinen Kunstfasern. Das macht man deshalb, um die Feuchttücher mit wohltuenden Essenzen zu tränken, denn unser Anspruch an Hygiene wächst stetig. Obwohl es feucht ist, bleibt es reißfest. Hinzu kommt, dass der umsichtige Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser dazu führt, dass oft viel zu wenig Wasser für die Toilettenspülung gebraucht wird. Dies begünstigt Verstopfungen in Rohrleitungen und Pumpwerken. Abwasserexperten sind sich einig, dass Feuchttücher der Kommunalwirtschaft erhebliche Kosten verursachen. Das alles trifft natürlich auch den Verbraucher, nur später. Nämlich mit der alljährlichen Festsetzung der Abwassergebühr der Kommune. Wir bezahlen unsere höheren Hygieneanforderungen mit höheren Kosten der Abwasserbeseitigung. Ist das jedem klar und wollen wir das? Bedeutet, aus den Augen wirklich aus dem Sinn? Nein. Was wir in das Abwasser geben, wird nicht weggezaubert, sondern ist schneller wieder da, als manch einem lieb ist. Feuchttücher gehören deshalb nicht in die Toilette, sondern sind über den Hausmüll zu entsorgen. Erst denken, dann spülen. Maximale Effizienz gepaart mit minimalem Verstopfungsrisiko. Darauf können Sie sich bei den Abwasserpumpen von Pentair Jungpumpen verlassen.